hallo und herzlich willkommen zu ja zu was keinem review nein zum danke sagen ich möchte mich bei euch bedanken für die ersten erreichten 100 jetzt knapp über 100 abos auf diesem kanal vielen dank dafür und ich möchte mich jetzt auch nicht wie nennt man das lumpen lassen oder so ich habe gesagt es gibt was zu gewinnen beziehungsweise ich verlose was auf schenke was und zwar das nexonites set was ich ja schon vor einiger zeit angekündigt habe aber das noch nicht alles denn ich habe mir gesagt es sind ja nicht nur lego oder nexonites ist ja sowieso wenig hier wenn wir auf kanal bislang gesehen zu sehen gewesen aber das habe ich damals zugesagt und es wird auch noch so sein oder wahlweise einen rock one stormtrooper ich habe sagen dass ein stormtrooper kann man nie genug haben denn davon gibt es genug und um so eine richtige imperialarmee aufzustellen gehören natürlich ganz viele stormtrooper dazu ich kann natürlich jetzt nicht irgendwie 100.000 stormtrooper irgendwie hinpacken obwohl kommt auf die abonnentenzahl an ich habe immer gesagt so durch 10 quasi vom wert her naja das wären dann eine million abonnenten da könnte ich jetzt mal 10.000 bei einer million da müsste jetzt die millionen haben egal also könnt euch aussuchen was ihr haben wollt die regeln ja ein bisschen was gibt es schon und zwar solltet ihr nein müsst ihr quasi abonnent sein also jetzt nicht mal hier eben nur vorbei zwischen und hier irgendwie was abgreifen ist nicht muss also schon nachvollziehbar sein dass ihr auf diesem kanal diesen kanal abonniert habt sonst müsst ihr nichts tun außer dann halt unter dieses video unten in den comments halt schreiben was ihr gerne hättet entweder das nexonites katapult oder den rock one stormtrooper nicht beides also beides da muss ich dann intervenieren also eins davon ansonsten müsst ihr nichts machen nein ihr müsst nicht irgendwie schreiben oder raussuchen welches denn nun das allererste video ist was ich hochgeladen habe oder welche firma von welcher firma die neue aquarienbeleuchtung ist das müsst ihr auch nicht raussuchen müsst nicht schätzen wie viel tonkügelchen ich als bodengrund im aquarium habe oder sonst irgendwas oder wie viel tfa videos ich hochgeladen habe oder was ich bei the forest in folge 66 bei minute 22,75 ist ja quatsch 75 sekunden ihr wisst schon also jetzt nichts irgendwie großartig einfach nur in die comment box unten schreiben was ihr haben möchtet ihr braucht ja nicht mal irgendwie schreibt einfach hin nexonite oder star wars oder schreibt einfach lego oder star wars ja lego oder star wars mehr müsst ihr nicht machen einfach in die comment box schreiben und ich denke mal so ich lasse das ganze dann zwei wochen laufen jetzt haben wir den ersten dezember und das heißt dann so in den 14 rum das heißt also jetzt nicht am ja ich glaube die verlosung mache ich dann zum dritten advent müsste es dann sein dass die sachen auch dann noch rechtzeitig zu weihnachten dann bei euch eintreffen das müsste eigentlich dann zu machen sein also wie gesagt zwei wochen ab heute das heißt um den 15 rum ich denke mal das ist dann schon irgendwie auf dem sonntag packe denn der erste sollte ist ja donnerstag ja doch ja ich werde dann vielleicht unten nochmal in die comments dann was dazu schreiben falls ja auch etwas ändert ein bisschen vorgezogen ne vorgezogen nicht nach hinten geschoben wird aber ansonsten bleibt dann dabei so jetzt habe ich eigentlich eine sache in länge gezogen die gar nicht hätte in länge gezogen werden müssen dann nochmal vielen dank für das interesse überhaupt am kanal und bis zum nächsten video viel spaß und viel glück w Vielen Dank.